Nase Mit Brüllhälen Okay, nein Einschwert, Streit Axe Jaaa Streit Axe Äh, Kübelhelm mit zwei Hellen Oh, ich bin Kübelhelm gekauft Fällig unnötig Egal Ähm Zwergtiger Die sehen aber nicht gerade klein aus Yeah Die Streit Axe Haut ordentlich rein Und der Hapa Verlieblich ist So, die Streit Axe Sieht auch noch verdammt gut aus dabei So Tricksteck eine Stufe Heidi auch, Taxi auch So Ich war kurz vor der Treppe Nicht So, Rollverteilung erstmal Und jetzt macht ihr die O-Gearis aber kaputt Ach, blau nicht So, jetzt aber Ja, noch ein bisschen Action Was ist hier oben Was ist hier oben? Hier oben ist erstmal ein Schlafsack So, ein bisschen HP geheilt Mit 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 Alle wieder HP In der Sonne Töpfe Oh, Töpfe Cool Mir muss sowas geben Ähm Wie ist das? Hallo? Warte, Mann Da, da Ich erinnere mich nicht Es ist also Euch zu verdanken Dass der Vampir nicht mehr ist Doch Offenbar War es nur Das Fakt Zog zum Einen noch viel Böderen als das Kind Tief unten Erstickt das Chaos Erden Segnenden Stein Hinter dem Raum des Vampirs Geht es noch tiefer hinunter Und nutzt dort diesen Stab Jojo, machen wir Opa Tira Stab Tira 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 Nicht irgendwo auf der Parteien Sie segnet sein Die Kristalle Das ist total Sack Nichts gegeben Und in seinen komischen Stöpfen Ist auch nichts drin Nein 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 Dammt Okay Aber um Den Chaos Der Erde Zu trotzen Müssen wir den doch Erfangen Die Stadt Weil in unserem Zustand Schaffen wir das im Moment Nicht mal annähernd Also Wir können Froh sein wenn wir es bis runter schaffen In unserem Zustand Was auch sehr unglaubwürdig ist Aber Das Chaos der Erde Zu besiegen In unserem Zustand Ist Ähm Naja Wie sagt man noch gleich Achja Unmöglich Kämpfe 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 Dort Dort Ich glaube jetzt haben wir auch erstmal ein bisschen genug Geld für ein paar Zauberer Ein bisschen zuhauen Ich glaube bevor ich dem Chaos der Erde gegenüber trete werde ich erstmal ein bisschen in der Höhle trainieren Also natürlich off stream Weil Training ist dann eigentlich Das all zu sehen ist Das all zu sehen ist Oh Machen Tatt Tatt Ich To J Tatt 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 Dann Engel, also Siegera brauche ich auf jeden Fall, Da Dia, brauche ich eigentlich nicht, Engel brauche ich auf jeden Fall und Hydra auch. Da der Ritter nichts davon erlehren kann, müssen wir das alles auf Seen abwälzen, Volga, oh ja. Beam, ja, ich will Beam-Enernern, so dass keine Schwarz-Marcus-Enernern, okay. Sonst brauchen wir eigentlich nicht. Beam, Beam, man, Scotti. Beam, ich hoch, Scotti, wir kaufen, langschwert, yeah, und überhin, yeah. Ich bräuchte noch diese Rüstung hier, aber dafür habe ich zu wenig Geld. Jetzt liegen wir erstmal ins Inn, schlafen und ordnen sich aus für den nächsten Tag und kaufen dann ein paar Items. Allzeit bereit. So, wo ist der Itemladen? Itemladen. 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 Systemladen, der Typ da. Er gibt hier noch keinen Itemladen oder so. Ich erinnere mich. In dieser Stadt gibt es keinen Itemladen. Furchtbar. Da ist die Stadt. Und da unten. Wir fahren zur Elfenstadt. Da gibt es die Itemladen. Oder nach Cornelia. Okay, wir fahren in die Elfenstadt. Ich glaube, da bin ich mir fast beinahe sicher, dass da das gibt, was wir brauchen. Und jetzt brauchen wir ein Itemladen. Toll. Okay, es gibt nicht das, was wir brauchen. Auch nach Cornelia. Ich wusste, dass es in einer dieser beiden Städten gibt. Ja, es gibt, was wir brauchen. Aber es wusste nicht in welcher. Und das war auch ein wichtiges Teiljob. Probieren wir es erstmal in Cornelia. Ich würde es doch auch dieses Itemladen gegen uns machen. Okay. Ich würde es doch auch hier machen. Okay. Ich würde es doch nicht machen. Ich würde es doch nicht machen. Ich würde es doch nicht nehmen. Ich würde es nicht nehmen. Ich würde es doch nicht nehmen. Erst später Aber das glaube ich nicht Ich muss es ja schon jetzt geben Ich meine, ich könnte die jetzt auch schon benutzen Jaja, es gibt es hier Was ich meine ist natürlich Aether Davon brauchen wir ein paar Oder ein paar mehr Denn ich habe ja so viele Zauber Weiter, weiter Weiter, 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 weiter Ich will mehr Gib mir mehr Ich habe ja so viele Zauber Und es wäre ja sehr sehr dumm Ähm, mir Jetzt noch die ganzen Potion Und so ein Quatsch zu holen Weil ich habe ja das alles schon Als Tauber halt Und deswegen Ähm, ja Brauche ich das Aber ich muss sowieso nochmal zurück In die Elfenstadt, weil Weil Wir brauchen hier auch für draußen Hütten und Zelte und Schlafsäcke Ja Und deswegen verschlägt es nochmal Hm Come on ey Ja Haie, haltet uns sicher auf Ja Vor allem nicht mit diesem lahmen Angriff So 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 Elfentown Und ich äh Das ist jetzt auch so Cornelia Schon wieder ein Hai Ein hinterhältiger Hai Weil er auf dem Hinterhild angegriffen hat So So Attacke Fertig Gut So Elfenstadt Ja Kampf Ein hinterhältiger Kampf Und Ach Bei der Aus 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 In die Elfenstadt In den Elfenitemladen Wo ist er denn nochmal? Zelt Gib mir ganz viele davon Noch einen Noch einen Achso Aber einen noch im Inventar Deswegen kann ich nicht mehr kaufen Okay, jetzt haben wir unser ganzes Geld ausgegeben Aber wir werden im nächsten Dungeon noch viel mehr Geld verdienen So und jetzt Ich wollte gerade mich schon wundern wo das Boot hin ist Aber es ist ja hier oben Hoho Oh Wölfe Die schwächsten Gegner nach den Doblins Trotzdem nervig Alles Fertig Magno-Mythische Bootsfahrten Und Kämpfe Team Piraten Warum sind Piraten an Bord? Ich hab doch zwei Schüttel zu So Ordentlich sieht es aus Ja Gehe ich noch Falschgelaufen Und Zombies Falschgelaufen Und Zombies Adia Genau deswegen Lund es sich nicht Miana zu kaufen Für die Steigerung von Adia Weil man es eh nicht braucht Adia reicht vollkommen aus für die Schwachen und Toten Und Schatten und Zombies Und alle die keinen Lust haben zu leben Und auch keinen Lust haben zu sterben Ja Ja Hm Fertig So Und mit diesen bewegten Bildern verabschiede ich mich fürs Erste Und hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao Bis zum nächsten Mal Dimmst Dich